Hallo, liebe Interneter. Wie versprochen, selbe Stelle, selbe Welle. Nee, umgekehrt. Dann macht's mehr Sinn. Wie geht's euch? Ich hoffe gut. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie es euch so geht, was sie so macht. Nein! Geh zu mir, Ripley. Nein! Nein, geh weg, ich hab keinen Flammenwerfer mehr. Mir geht es scheiße. Aber so war's. Warum ist jetzt ein kleines Pi anbord? Nein, ich mag's. Mistviecher, endlich los. Ich hab jetzt nur noch Molotow-Cocktails. And that's it. Wie soll ich denn das schaffen? Alter, das Spiel ist ein Ding der Unmöglichkeit. Leck mich. Malo hat mich hintergangen. Er wollte ihr alle Daten über die Kreatur geben, damit ich sie der Firma übermitteln kann, aber er... Taylor, Malo, was machen Sie da? Was ich sonst keine... Ich bin so doof. Ich bin so doof. Ich will das Spiel doch nur beenden, endlich. So, Medikid, wo haben wir dich gehabt? Da. Alter, bin ich ein Fried. Das gibt es ja nicht. Das gibt es ja nicht. So. Nein, möchte ich nicht. Geh mir nicht am Sack. Nice. Okay, das ist ein bisschen creepy. Ich hoffe, das war das einzige Vieh jetzt hier. Yeah, Schrott. Danke. Wie wär's mal mit Flammenwerfer-Munition? Will ich auf dieses Terminal zugreifen? Lock. Sind wir jetzt immer noch auf Sevastopol? Hallo, Sidora. Hier spricht Marshall Waits auf der Sevastopol. Offiziell sollte ich Ihre Anfrage auf Andockung eigentlich verweigern. Sevastopol befindet sich derzeit im Stilllegungsprozess. Und ich kann die Sicherheit außerplanmäßiger Schiffe nicht garantieren. Aber in Anbetracht ist von Ihnen... Easy. John Ende. Ich kann nicht mehr, echt. Das Spiel macht mich so fettig. Mental. Was ist denn jetzt schon wieder los? Was ist denn jetzt schon wieder? Wieso gehen wir denn so tief rein? Ich hab sie auf Sevastopol gebracht. Hab alle Regeln gebrochen, um sie herzubringen. Das war ziemlich dumm von mir. Dumm. Sie können dieses Ding nicht besiegen, Ripley. Unmöglich. Man kann nur versuchen, ihm aus dem Weg zu gehen. Jede Spur hat er sich verwischt. Alle Anzeichen zu stören. Die Infektion vom Ausbreiten abhalten. Sicherstellen, dass die Menschheit nie wieder mit ihm in Kontakt gerät. Sobald es Kontakt aufgenommen hat, hat es gewonnen. Die Firma wird niemals erfahren, was hier passiert ist. Niemand wird es erfahren. Das werde ich nicht zulassen. Okay, was hat er vor? Das ist schon ein bisschen creepy gerade hier, ne? Weil ich auch nicht weiß, ob Rosi jetzt noch da ist oder nicht. Boah, das macht mich gerade alles so fertig. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und wir können uns nicht mal einen Molotow-Cocktail basteln. Alter. Ich hab Herzflattern gerade. Das ist das Ende vom Spiel, glaub ich. Hoffe ich. Wir haben gerade einen neuen Twitch-Zuseher bekommen. Sei mal gegrüßt an dieser Stelle. Die Folge wird auch auf YouTube landen. Und ich glaub, wir sind relativ bald am Ende. Ich bin mir aber nicht sicher. Benutzen Sie das Terminal. Okay. Nachgesetzter Bericht. Private Nachricht. Diese. Diese ist für meine Tochter. Hi, Amanda. Diese Nachricht ist für dich, mein Liebling. Ich hoffe, du wirst diese Nachricht eines Tages hören. Ich bin in Schwierigkeiten. Mein Schiff. Es gab einen Unfall. Liebling. Wir haben eine Kreatur gefunden. Sie war sehr gefährlich. Wir konnten sie nur stoppen, indem wir das Schiff zerstörten. Mir geht es gut. Ich sitze in einem Rettungsschuttle irgendwo in der Weite. Wir mussten die Nostromo zerstören. Was wir getan haben. Wir konnten nicht riskieren, dass die Kreatur mit uns heimreist. Ich musste dich beschützen. Mach... Mach dir keine Sorgen um mich. Wir werden uns bald wiedersehen. Ich hab dich lieb, meine Süße. Oh Gott. Muss das krass sein? Das sind die letzten Worte ihrer Mutter, hm? Jetzt wissen Sie Bescheid. Was geht denn da ab? Ich werde den Fusionsreaktor überlasten. Das wird den Reaktor in eine Atomwaffe verwandeln. Sie werden das Schiff zerstören. Und die Station. Ich werde jegliche Spur dieser Kreatur zerstören. Ripley, das ist die einzige Möglichkeit. Ich kann es nicht am Leben lassen. Und ich werde es nicht der Firma überlassen. Sonst geht das alles wieder von vorne los. Ja, eigentlich hat er recht, ne? Oh fuck. Hören Sie mir zu! Wir müssen das nicht tun! Stopp! Hören Sie auf, Marlo! Marlo, bitte. Sie haben gehört, was Ihre Mutter getan hat. Sie hat das verstanden. Wenn sie hier wäre, würde sie mir helfen. Sie würde der Firma ganz sicher nicht die Anschrift von dieser Kreatur geben. Niemand darf das hier wissen. Da sitzt was überlebende auf der Station. Marlo! Aber nicht Foster. Sie war meine Frau. Ich habe sie geliebt. Und ich habe sie getötet. Hahahaha. Nice. Oh mein Gott. Ich glaube, ich war zu spät. Er hat es bereits in Gang gesetzt. Er hat es in Gang gesetzt. Taylor, ich werde die Überlastung aufhalten. Sie müssen mir helfen. Gehen Sie zu dem Bedienpult. Alkohol. Danke. Öffnen Sie die Fusionssysteme, damit ich an Ihnen arbeiten kann. Was? Wir brauchen Strom beim Auxiliargenerator. Suchen Sie nach den Buchstaben A, U, X. Krass! Was passiert da? Dass die nicht getroffen wird von den Blitzen, völliger Blödsinn eigentlich, oder? So. Ah, hier. Nee. Wo muss ich das abschalten? Hinter uns irgendwo. Ich check's nicht. Nein, ich check's nicht. Da. Schnell. Schnell. Fuck, 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 komm. Jetzt nicht drauf gehen. Hat das gereicht? Okay. Alles okay, Taylor. Schalten Sie jetzt das Warnungsterminal von Auto auf manuell um. Können Sie es sehen? Ich kann es nicht finden. Es muss da sein, Taylor. Vertrauen zu haben. Fuck. Was ist das? So, schnell hacken den Scheiß. Wo bist du? Da. Ach, komm, hör auf. Nein. Macht mich das grad fertig. Nice. Zu spät. Oder? Oh, nein. Wo kommen wir denn jetzt wieder raus? Ah, Gott sei Dank. So, jetzt wissen wir, was zu tun ist. Können schneller handeln. Ich dachte, er schickt uns jetzt wieder zum letzten Speicherpunkt. Das wär's jetzt gewesen, ne? Gut, jetzt dürfen wir keine Fehler bauen. Es muss da sein, Taylor. Vertrauen Sie mir. Das ist es. Da. Den. Den drunter. Scheiße. Nein. Komm. Wo? Da. Ich check's nicht. Ich bin zu doof dafür heute. Wir gehen gleich wieder drauf. Nice. Komm. Reicht das? Reicht das? War's das? Ja, wir haben's geschafft. Oh. Alter, ich glaub, ich hab grad zwei Kilo Wasser ausgeschwitzt. Nice. Äh. Sollen wir weggehen vielleicht? Hilfe. Geil. Entkommen sie. So, wohin? Ja, laufen wir einfach, oder? Wird schon passen. Was soll denn der Scheiß jetzt? Ach, du Kacke. Schnell, 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 schnell. Ich will hier nicht drauf gehen. Ich will hier nicht drauf gehen. Fuck you. Ah. Da lang. Da lang. Was für ein episches Ende. Hilfe. Hilfe. Und nun? Dahin. Ich weiß es nicht genau, aber ich schätze mal dahin. Jawohl. So, hier war von das kleine Alien. Ja, ich hab's noch verstanden. Kritischer Einsch... Hilfe. 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 Da vorne ist unser Schiff. Hier ist unser Shuttle. Komm, schnell rein da. Jawohl. Schnell weg. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist da grad passiert? Irre. Hoffentlich gibt's jetzt mal ne Videosequenz. Eine der wenigen. Fuck you. Echt. Das gibt's ja nicht. Was für ein geil gemachtes Spiel. Da haben wir jetzt auch ewig dran gezockt. Ich glaub fast 50 Parts insgesamt. Irre. Und ich hab mich null gespoilert. Das war urcool. Also ich muss auch voll stark sein, dass ich das nicht mach. Die Verlockung war groß. Scheiße, wir sind wieder auf Sevastopol. Oh nein. Der Funkspruch von Verlaine wurde gerade aktualisiert. Hallo, Sevastopol. Bitte um Antwort. Ein Schiff ist gerade an ihrer Steuerbordseite explodiert und hat die Orbitalstabilisatoren zerstört. Wir können nirgendwo andocken. Sagen Sie uns bitte, was vorgefallen ist. Wir können Überlebende aufnehmen. Nice. Ich bin den Kanal offen. Torrents Ende. Komm, geh auf. Wir haben doch keine Zeit. Danke. So, wo müssen wir jetzt hin? Ganz cool bleiben jetzt. Ganz cool bleiben. Jetzt müssen wir nochmal alles aus dem Ärmel ziehen, was geht. Oh Mann. So ging das, genau. Ich hoffe, Rosi ist nicht da wirklich. Ich sterb sonst. Müssen wir da unten hin? Nee. Müssen wir einmal rum? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich. Wir haben Gesellschaft. Der Sicherheitsdienst von Cixson ist gerade aufgetaucht. Bewaffnet. Nicht auf unserer Seite. Ich musste mich unter einem Tisch verstecken. Was wollen wir? Die Torrents. Sie haben die Meldung gehört. Ach du Kacke. Ich glaube, Sie wollen Sie kontaktieren. Ich glaube, Sie wollen Sie gewaltsam übernehmen. Können Sie das? Nein. Die Funkverbindung ist immer noch tot. Aber halten Sie sich von Ihnen fern. Wir sind gefährlich. Und verzweifelt. Ach du meine Güte. Alter, was geht denn jetzt ab, bitte? Das wird ja hier immer absurder. So, ich glaube... Nee, da müssen wir nicht rein. Das heißt, wir kämpfen jetzt auch noch gegen Menschen, Androiden, Rosi. Es hört nicht auf. Okay, vor uns ist ein Mensch. Können wir dem einfach eine überknüppeln? Pssst. What the fuck? Wo? Da hinten ist er. Wie ich nichts treffe. Ich bin so ein Noob. Echt. Das gibt es nicht. Das ist doch nicht mehr heilig. Oh shit. Wir haben nicht mal mit einer Rohrbombe oder sowas. Ach du Kacke. Blöde Frage, aber wie sollen wir das jetzt lösen? Das ist doch unmöglich. Echt, ich bin da wirklich der Letzte, der hier irgendwie rumheult. Not. Aber wie soll man das schaffen? Nice, den haben wir. Super. Da hinten wurschtelt auch einer rum. Ach Gott, bin ich schlecht. Komm, nachladen. Und dann ganz schnell ein Midi-Kit reinpfeifen. Okay. Midi-Kit. Uh. Gut, dass wir halbwegs viel Munition für die Waffe haben. Wow. Scheiße, ich seh den nicht mal. Okay. 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 Was ist hier hinter uns dran aufgegangen? Alter. Ist das pervers? Was ist das? Hahaha. Warum? Hört euch mal die Mucke an. Ist das böse oder ist das böse? Gut, ich würde mal sagen, damit quälen wir uns in der nächsten Folge, oder? Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich freue mich über meinen neuen Zuseher. Mr. Maus. Und ja. Nächste Folge, nächsten Mittwoch. Macht's gut, liebe Interneter. Oh. Der ist down. Okay, vielleicht versuchen wir es doch nochmal. I don't know. I don't know. Gucken wir doch mal. Was hast denn du so dabei? Dankeschön. Pumpgun Muni. Immer gut. Können wir auch nochmal durchladen. Der Eckenhorror. Ja, ich bin der Mega-Camper. Oh Mann. So, wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Gerade null Checkung, wo wir überhaupt sind. Was wir überhaupt machen müssen. Ich glaube da unten, oder? Kann das sein? Finden wir noch irgendwo einen Speicherpunkt. Das wäre sensationell. Oh Mann. Geil. Ähm. Mega unauffällig, Ripley. Fuck you. What the fuck? Warum? Komm her. Komm her. Ich trau mich gar nicht raus zu gehen. Nice. Dankeschön. Oh, der hatte Flammenwerfer Munition. Das finde ich natürlich sehr gut. Shit. So, und hier. Piept doch irgendwo ein Speicherknoten. Wo bist du, mein Freund? Wo bist du, mein Freund? Kleiner Speicherfreund, wo bist du? Hier bestimmt drin, ne? Wo bist du? Nein, du bist nicht der Speicherfreund. Fuck. Ist hier kein Speicherknoten? Das ist doch hier. Hier muss doch ein Speicherknoten sein. Bin ich jetzt blöd? Äh. Ich will doch nur speichern. Ich hör das Ding doch. Wahrscheinlich ist es oben. Ah, das kann sein. Orbitalstabilisatoren auf 60%. Und die Fallen. Komm schon. Fuck. Oh, Mama. Jawoll. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Ja, zieh du. Scheiß mich an. Macht echt Spaß. Ich glaube, wir haben es bald geschafft. Ciao. Ciao.